Handwerkliche Qualität aus Tradition, das sind wir, die Schreinerei Kasper aus Mengerschied im Hunsrück. Seit 1784 haben wir uns als Familienunternehmen durch viele Generationen bis heute als Handwerksbetrieb mit eigener Produktionsstätte fest etabliert. Bereits beim Auftragseingang nehmen wir uns Zeit für Ihr ganz spezielles Projekt. Kompetenz und Vertrauen von Anfang an ist uns wichtig. Ob Standard oder historische Altbaufenster, Zimmertüren in allen Aus- und Anfertigungen, Möbel, Eingangsanlagen und, 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 die individuellen Kundenwünsche stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Schaffens. Und so produzieren wir in Handarbeit gefertigte Produkte, die unserem hohen Qualitätsanspruch gemäß lange Zeit Freude bereiten. Als fundiert qualifizierte Spezialisten für den Naturstoff Holz fertigen, restaurieren und reparieren wir mit Sachverstand und kundiger Hand. Über Generationen haben wir das besondere Gefühl in der Verarbeitung von Holz entwickelt, gewachsen aus Erfahrungen, weitergegeben in der Familie von Meister zu Meister. Eine Unternehmensphilosophie, die unsere Kunden spüren und zu schätzen wissen. Lassen Sie sich von unseren ganzheitlichen und nachhaltigen Produkten inspirieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017